so willkommen zurück Layers 04 gucken was hier heute noch so passiert super Geräusch wieder kann ich die Lampe hier anmachen die ist ja kaputt oh man 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 da mal wieder ein Fahrstuhl und hier ist weiter nicht wunderbar dann können wir da mal drin springen zack zu damit frag mich wo uns das hier noch hinführt schon ja ist gut jetzt klopft ist gut jetzt funktioniert das wird ja mal heft ja hier und vorher kenne ich ja diese scheiße das wird immer heller hier wird immer dunkler hier war mal eine kiste auch zu damit die türen besser ist besser diese endlos schleife hier ach hier ist der da sah sie aus wieder abgestürzte fahrschule sind das hier okay das ist da wieder zu aber hier ist dafür wieder offen die zimmer kommt mir bekannt vor der tat war im ersten party habt hier den raum now def uh the telephone you know Was ist denn hier? Ein Telefon? Okay. Jetzt haben sie da bei mir die Tür auf. Babyface. Eine tote Ratte. Jetzt gucken wir hier nochmal. Boah, ist ja gut jetzt, ey. Komm ja schon. Wer versteckt denn ein Telefon hinterm Schrank? Hallo? Okay, dann füllt uns eine Zahlenkombination. Ah, da. 5... 5, 6, 3? Oh Mann, ey. 5, 6, 3. 3, 6, 3. Ne. Ist doch nur 5, oder? Ne, 3, 6, 3. 3, 6, 3. 3, 6, 3. 3, 6, 3. Was ist denn hier los? Kommen wir jetzt hier raus? Ne. Klingelt denn das da? 1, 2, 3, 4, 3. 3, 4, 3. 4, 3, 4, 3. 4, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10. da kann man ja man sollte auch mal nach oben gucken oh man das ist die natur denkt vor der plank der early access version of layers of fear ok sehr schön dann sind wir da irgendwie durch ich denke mal geht noch irgendwie weiter und sehen wir uns im nächsten part wieder haut da rein bis dann